Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Wir sind wieder hier, wo wir zuletzt aufgehört haben. Wir hatten ja letztes Mal eine komische Mission, die wir 5 Sterne bekommen haben. Wir mussten 3 Koffer sammeln, was überst abgegangen ist. Und jetzt machen wir hier weiter bei der nächsten Mission. Bei dieser komischen Frau, die wir unter dem Rock sehen. Ja... ...this place feels familiar to me. It's a smell from childhood, a deja vu. Now Tommy, I'm going to whisper a little errand for you. Hear me well, aye? You look like someone I... The Cubans have fast boats they used to cross the seas with drugs. It is their livelihood. Me nephew been making little flying bombs to take them out. Blur the boats that coffin would. Thanks for the tour. What the fuck? Ah, der wird so immer gerade rumgeballert. Also begebe dich zum Wagen mit dem fliegenden Bomben. Okay. Was ist denn da für eine Mission? Wow! Okay. Ah, wieder so ein Auto. Wir müssen jetzt wieder wie das letzte Mal mit dem Helikopter rumfliegen. Oder was? Schau dir die Kubaner raus. Jetzt sind wir plötzlich gegen diese. Also jetzt spielen wir mit den Haitanern und mit den Kubanern. Also... Nein, Alter, wir machen uns auch gar keine Freunde. Ah, okay. Okay. Oh, mein Gott. Wow. Okay. Holy shit, Alter. Das stürzt sich ja verheerend. Ich kann die Bomben droppen. Und hoffreden die. Oh, man hört das mal? Oh, ja. Oh, nein. Oh, nein. Wie möchte ich die aufhalten? Wollen wir das bitte mal ein-erklären? Ah, jetzt haben wir einen gedroppt, oder? Oder einen verwischt, oder ne? Ja. Yes, haben wir verwischt. Nice. Er explodiert jetzt. Lass ihn nicht entkommen. Holy shit, Alter. Was da heute für eine Mission ist. Holy shit, Alter. Was da heute für eine Mission ist. Okay, da haben wir auch jetzt, wenn wir da vorne schon so ein Dude auf dem Steh gewesen. Den müssen wir jetzt auch noch holen. What the fuck, ey. Was soll ich mir für eine Mission sein? Aber das gibt es eigentlich nicht so in GTA San Andreas. Also nicht so. Mit der Bombe, sondern mit dem AMG. Aber einfach immer so kleine Spielzeugflügelchen, die musst du so fliegen noch. Oh! Haben wir selber gekillt mit der Bombe, oder was? Aha, weil die Mission fertig ist. Darum ist es explodiert. Aber nice, wir haben die Mission auch wieder bestanden. Und wir können mit dem Auto nicht fahren, scheint es. Dann haben wir halt wieder unseren Voodoo. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal... Zum... Dias wieder. Oder wie er auch wieder heisst dort. Weil von dem haben wir jetzt auch schon lange keine Mission mehr gemacht. Mal schauen, was bei dem so abgeht. Der Psycho Dias. Oh, Leben. Schau mal mitnehmen. Oh, ein Infernus. Den haben wir als nächstes mit da. Hadi Messi. Und dann gehen wir jetzt mal da eben zum Dias. Machen wir da mal die nächste Mission. Der hat eine riesige Hütte, man. Die ist schon nice. Der ist schon scheint so ein bisschen der Bubble da von... ...Wise City, he? So, let's go. Nächste Mission. Dias. EJACK! I can buy a hundred more. Now Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City and Morris' job. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? Okay, also begib dich zum schnellsten Boot auf dem Pier. Wahrscheinlich ist schon wieder nur ein einziges Boot tätig. Ich kenne doch das Game. Ja, eben schon nur ein Boot da. Aber egal, es ist das schnellste Boot. Geil. Alter, geile Musikmann. Sehen wir vor den anderen Boden bei der Jacht. Okay. Ich muss kurz schauen. Nein, nicht ein neues Game. Ich muss kurz schauen, wo wir hin müssen. Okay, dort hoch. Das heisst, wir müssen fahren. Ja, da kann man glaube ich schon zwischendurch fahren. Nehm ich jetzt mal an. Da fahren wir hier rein und fahren hier alles durch. Sollte ich glaube es schon gehen. Ups. Also immer den Einblender, das ist glaube ich auf die andere Inselseite fahren. Holy shit. Ja, schüss, die sind mal kaputt. Okay, dann kommen wir noch mehr links. Wow. Der Lancer, da machen wir besser schiessen. Scheisse Boot. Okay, wir haben es aber geschafft. Wir sind die Ersten. Perfekt, wir haben es schon geschafft. Aber wir machen den ersten Teil der Mission. Ja, komm Lance, gib mal ein Gutsi da. Ja, da kommt ein Heli. Bitte sagen wir, der Heli ist kein Gagner. Ah, der Schütz hat mich vertroffen. Oh, oh. Okay, den Heli habe ich abgeschossen, aber er schützt einfach komisch ab. Alter, das ist so schwierig zu schiessen. Oh, der Heli dahinten. Alter, was macht denn der? Aber wir haben es glaube ich schon geschafft. Nice! Nice! Das ist so... Der Schmieralter, der auf mich ballert. Lol. Okay, Mr. Lance Vance Dance. Mr. Lance Vance Dance. Nice, wir haben es geschafft. Oh, 10'000 Dollar bekommen. Geil, Alter. Richtig geil. Und ja, da würde ich mal sagen, was es war mit dieser Folge. Für GTA Vice City. Eine kürzere Folge, ich weiss. Aber wir haben ja die letzten 2 Folgen relativ lang gehabt. Darum jetzt eine kürzere Folge. Wir sehen uns einfach in der nächsten Episode von GTA Vice City. Wenn es euch gefallen, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. So wie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr wieder das Video teilt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, wir sehen uns. Vielen Dank.